Hallo Leute, Willkommen auf dem Kanal FischEck, hier ist FischfiletLP und es gibt ein weiteres Let's Play Mario Maker Online Video, das ist Part Nummer 2 und heute probieren wir mal was ganz anderes aus, Markus ist nämlich auch dabei, der filmt hier, denn der filmt jetzt diesmal das Gamepad und wenn er merkt, dass es scheiße wird, dann switcht er auf den Fernseher, wir sind hier in so einem Japaner Level bei der 100 Mario Herausforderung noch gleich, das ist das sechste Level und ähm, wow, wir werden das, gut, ja, sehr schön, kannst selbst schon gucken, ob das passt, ähm, ja, Grafik ist halt jetzt, meiner Meinung nach hier jetzt ein bisschen naja, wir werden heute die 100 Mario Herausforderung auf leicht abschließen, mehr dann auch wieder nicht, 3, 2, oh mein Gott, oh, scheint immer mal wenigstens ein bisschen anspruchsvoll zu werden, ich weiß, es ist auf leicht und es gibt, nicht einfach eine Bemühle Stein, aber wo den fliegt oder nur ein bisschen econreneט bei der 100 Mario Alberto Der eine darf sich jetzt freuen. Oh Gott, es geht unter. Warte, warte, und zwar Scrolling, Scrolling. Oh Gott. Oh, das hat er gut gemacht. Ne, gut. Piranha Plants futtern. Den Lucky, du lassen wir mal so eine Schwierigkeit da. Oh, er hat sogar ein Checkpoint gesetzt. Warum? Keine Ahnung. Feuerblume, die wir nicht nutzen können, weil wir auf Yoshi reiten. Sehr cool. Ist da oben was? Jawoll. Oh, und das brauchte man auch. Denn dort ist eine Schlüsselmünze. Sehr cool. Ich höre da oben Sterne. Ist er wieder ein Secret? Nö. Vielleicht über die Blöcke, die du schon aufgenommen hast. Nö. Hat sich nicht. Sieht nicht so aus. Also ich werde jetzt mal den Part zu filmen. Ähm, ja, ihr könnt ja mal irgendwann mal in die Kommentare oder so schreiben, ob das gut oder scheiße ist. Wahrscheinlich scheiße. Ob ich wieder auf Fernseher machen soll. Moment mal, brauche ich den Pop-Omp? Oder ist da drunten nur ein unnötiges Sekret? Das wäre blöd, wenn sich da unten eine Schlüsselmünze befindet. Da aber die Schlüsselmünze ist hier, Leute. Oh! Wirkt die Blooper ganz gut. Sonst hätte ich gedacht, das Versteck ist ein bisschen lame. Weil es kein Versteck war. Okay, da hinten ist nichts mehr. Meines Wissens nach. Okay. Wow! Es könnte sein, dass ich hier gecappt werde. Also... Gehen wir mal lieber da durch. Oh! Wir brauchen den Stern, oder? Also ich fand das Level nice. Ja, das war nicht schlecht. Aber ob es ein Sternwert ist, bleibt dir überlassen. Nee, ich werde nur für diejenigen, die mir ein Level zuschicken. Die ID in den Kommentaren. Und wenn dieses Level dann gut ist, da werde ich ein Sternblumen. Aber nicht von irgendwelchen wildtränten Japanern. Oder... Keine Ahnung. X-X. Ja. Das hat er schon mal sehr schlecht gemacht, da. Äh! Eigentlich ist es kotzen. Kann ich hier skippen, oder was? Das ist ja übel nice. Da ist Bowser. Da ist ein Lakitus. So sieht das aus. Nein! Man kann nicht skippen! Ey! Da fallen die Lakitus jetzt um. Oh Gott! Also wenn ich mir das hier so angucke, dann könnte das ganz anspruchsvoll sein. Oh Gott! Oh Gott! What the hell? Was, was? Was geht denn hier ab? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Hä? Was geht hier ab? Ich versteh's. Nein! Mein Yoshi! Oh. Okay. Oh, noch mehr. Oh Gott! Jawoll! Wir konnten ihn erfolgreich durch. Okay. Da ist so ein Feuer. Oh Gosh! Oh Gott! Oh Gott! Kann man aber einfach skippen. Nein! Man kann es nicht skippen. Man muss diesen Schwanz töten. Das ist doch jetzt echt blöd. Ich glaube, ich kann's nachvollziehen. Das ist ein Schlusskassel. Aber... Ey! Ich weiß nicht, wie viel der aushält. Ich glaube, 40 solche Schüsse. Das ist... Und man hat... Was? Man kann es nicht skippen. Ich kann nicht so eine Feuerbälle essen. Und es kommt mit so'n kleiner raus. Ja! Kann man mal machen. Ich werde das hier gar nicht lang aufladen. Jawoll! Ich hätte mir diese Kämpfe länger vorgestellt. Sehr cool. Ich habe jetzt mal kurz zum Fernseher und wieder zum Gamepad gewechselt. Oh Gott! Hier ist irgendwo ein Secret Schlüssel, oder? Nein! Wirklich jetzt! Ich hasse das. Also der Part dauert auch schon 17. Ja! Ich versuche hier durch zu speeden. Moment! 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 Nö! Ey! Der Level war eigentlich gut. Eigentlich, aber... Ja! Da waren doch diese Lucky Toos! Ja! Aber die habe ich ja alle umgebracht. Ja! Hier waren sie ja nicht. Ey! Warte! Irgendwo hier muss ein Secret Key sein. Der Level war eigentlich gut, aber das macht den Level so scheiße. Ja! Allein das! Aber die Münzen! Man muss jetzt hier wirklich jeden Zentimeter abspringen. Nur damit man diesen Scheiß-Ski findet. Das ist so unnötig. Das hätte das Level jetzt nicht gebraucht. Also Leveler-Bauer. Warum machst du so ne Scheiße? Okay, war recht simpel versteckt. Bloß bin ich nicht drauf über... Wir haben ja viel Bossmusik. Ach egal. Ey! Da oben war bestimmt noch ein Secret, oder? Aber egal. Ich möchte mich von diesem Part hiermit verabschieden. Tschüss! Und bis zum nächsten Mal!